Moin und herzlich willkommen bei Bootsprüfung.de. Mein Name ist Thomas und in diesem Video zeige ich euch alle Knoten, die man für das Bodensee-Schiffer-Patent draufhaben muss. Für die praktische Prüfung zum Bodensee-Schiffer-Patent müsst ihr insgesamt acht Seemannsknoten draufhaben. Das heißt, ihr müsst diese Knoten in der Prüfung korrekt vormachen können und ihr müsst auch wissen, zu welchem Zweck der jeweilige Knoten verwendet wird. Und los geht's! Wir führen die Leine zweimal ohne Überkreuzung durch den Ring. Dann kreuzen wir mit dem losen Ende das feste Ende. Und führen das lose Ende durch die entstandenen anderthalb Schlaufen. Festziehen fertig. Dieser Knoten lässt sich nicht besonders leicht öffnen und wird vor allem zur dauerhaften Verbindung an einem Ring verwendet. Zuerst legen wir im Uhrzeigersinn ein Auge. Dann führen wir das lose Ende von unten durch das Auge, das wir gerade gelegt haben. Anschließend führen wir das lose Ende hinter dem festen Ende durch und von oben wieder durch das kleine Auge. Zum festziehen müssen wir gleichzeitig mit einer Hand am festen Ende und mit der anderen Hand am losen Ende und am parallel verlaufenden Seil des großen Auges ziehen. Fertig ist der Palsteak. Der Palsteak bildet eine sich nicht zuziehende Schlaufe. Er wird zum Beispiel zur Befestigung an einem Pfahl oder einem Ring verwendet. Zuerst wird das lose Ende um die Reling gelegt. Das lose Ende kreuzt das feste Ende. Dann legen wir das lose Ende nochmal um die Reling. Dann stecken wir das lose Ende durch die Überkreuzung. Festziehen, fertig. Der Webleinsteak wird benutzt, um Dinge kurzfristig festzumachen, zum Beispiel Fender an der Reling. Der Knoten ist zwar wieder leicht zu öffnen, kann sich aber bei längerer Belastung von selbst ungewollt lösen. Die hier im Video benutzten Knotenbretter könnt ihr ganz bequem bei uns im Lehrmittelshop bestellen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zuerst wird das dicke Ende zu einer Bucht gelegt. Dann führen wir das dünne Ende in die Bucht ein. Anschließend führen wir das dünne Ende unter der Bucht durch. Zum Schluss noch das dünne Ende über der Bucht und unter sich selbst durchführen. An allen 4 Enden gleichzeitig festziehen, fertig. Der Schotsteak wird benutzt, um zwei verschiedene dicke Leinen zu verbinden. Dies ist zum Beispiel nützlich, um eine leichte Wurfleine mit einer schweren Leine zu verbinden, die an Land gebracht werden soll. Er kann auch verwendet werden, um zwei gleich dicke Leinen zu verbinden. Wir starten mit dem einfachen Schotsteak. Beim doppelten Schotsteak wird nun das dünne Ende erneut unter der Bucht durchgeführt. Dann wird das dünne Ende wieder über der Bucht und unter sich selbst durchgeführt. An allen 4 Enden gleichzeitig festziehen, fertig. Der doppelte Schotsteak wird auch benutzt, um zwei verschiedene dicke Leinen zu verbinden. Er hält besser als der einfache Schotsteak und bietet dadurch zusätzliche Sicherheit. Beide Enden werden zunächst doppelt überkreuzt. Dann überkreuzen wir nochmal. Dabei legen wir das oben liegende Leinenende über das unten liegende Leinenende. Und zum Schluss das oben liegende Leinenende durch die entstehende Bucht ziehen. Festziehen, fertig. Der Kreuzknoten wird benutzt, um zwei gleich starke Seile zu verbinden. Wir legen zuerst eine Schlaufe, loses Ende über das feste Ende. Dann führen wir das lose Ende unter dem festen Ende durch. Anschließend schieben wir das lose Ende von oben durch das Auge. Festziehen, fertig. Der Achtknoten wird am Ende einer Leine geknüpft, um zu verhindern, dass die Leine aus Rollen oder Ösen rutscht. Den Knoten beginnt man am Fuß der Klampe, der von der Zugrichtung entfernt ist. Dann legen wir den ersten Kreuzschlag. Einmal diagonal über die Klampe. Anschließend führen wir die Leine um den Fuß herum und legen sie wieder diagonal über die Klampe. Jetzt legen wir das Ende zu einer Schlaufe und drehen die Schlaufe, dass ein Auge entsteht. Dieses Auge legen wir jetzt über das Ende der Klampe. Das ist der Kopfschlag. Festziehen, fertig. Beim Belegen einer Klampe geht es darum, ein Seil an einer Klampe festzumachen, das leicht wieder zu lösen ist. Das ist der Kopfschlag. Das ist der Kopfschlag. Das ist der Kopfschlag. Rapid. Das ist der Kopfschlag. Die Klampe und reinfallen, bis zum Sig问. Das ist der Kopfschlag. siamo gespannt auf niemanden, dass ein Kopf, oampf club, Bis zum nächsten Mal.